Ich war gerade fast schon wieder hängen geblieben. Okay. So. Äh, Kisten kloppen. Höh, höh, höh. Oh, da ist sogar Kram drin. Oh, endlich wieder normale Granaten. Gut, aber auch Zeit. Bolzen, schön. Batterie, ja, gut. Oh, alles gut, Ausnahmsweise. Das ist doch mal toll. Und jetzt muss ich... Wohin? Ich hab nicht wirklich ne Ahnung. Hallo! Huch! Ihr seid aber sauer, oder? Nein, nein, nein. Das ist mich vorbei. Können die mich hier treffen? Oh, ich kann hier rein. Schön. Huh. Das ist sogar ziemlich interessant gerade, gebe ich zu. Ähm. Was war das? Bleib ich bei... Ne, ne, ich krieg dafür wohl keine Munition mehr. Äh, ja. Sehr gut, Spiel. Das ist natürlich nicht so klasse. Was zur Hölle bist du? Ernsthaft? Was zur Hölle? Was? Seit wann warst du... Was zur Hölle? Moment. Äh. Neuladen. Weil... Nö. Was? Was war das denn? Minenfeld. Ja, wieso... Wieso reagieren die Minen nicht auf den Typen? Das find ich unfair. Und ich war mir sicher, ich hätte die Shotgun ausgerüstet. Aber das Spiel sieht es anscheinend anders. Was flackern die Texturen so? Hm. Naja, liegt wahrscheinlich an mir. Will ich da hin? Anscheinend ja. Ja, ähm... Hm. Äh... Speichern, schätze ich mal. Hä? Was war das? Au! Ey! Sag mal, was soll denn das? Boah, Skill. Pur. Waffe! Okay, das war vielleicht nicht so ganz Skill. Andererseits würde ich gerne wissen... Was da passiert war. Äh. Was war da? Was war da? Ich verstehe es nicht so ganz. Ach, da ist noch so ein Ding. Ach, seid ihr nett heute. Gürröl. Noch mehr davon. Schön. Typ. Au! Bitte, Hilfe! Au! Ja, super. Och, mhm. Läuft das gut. Mh, lecker. Kann ich den irgendwie... Tatsache, kann ich. Das ist schön. Hilfe! Hilft mir! Warum hilft mir denn keiner? Bin doch hier, Typ. Ich sterbe hier draußen. Hilfe! Bitte! Hilfe! Ja, anscheinend kann ich dir nicht helfen, weil das Spiel es nicht möchte, also... Ähm. Gut, das hat mir keinen Schaden gemacht. Ich wollte gerade sagen, wenn das mir jetzt Schaden macht... Ähm. Ja? Hä? Ich will hier gerne durch. Darf ich aber nicht. Und das verwirrt mich so leicht. Ich kann... ...über die Map gucken. Joa. Schön, ne? Ähm. Nee, da auch nicht. Hä? Ich verstehe nicht. Nein, auch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Da muss ich nicht lang, oder? Ich glaube eigentlich nicht. Kann ich den auch so ausschalten von hier? Sieht nicht danach aus. Mann, das ganze Geröll-Dauer. Nee, das sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Tja, dann machen wir es halt trotzdem so. Wenn wir denn mal treffen. So. Geht doch. Warum hilft mir denn keiner? Äh, komm schon. Komm schon. Komm schon. Hilfe. Komm schon. Ich komm da hoch. Ich komm da hoch. Äh. Vielleicht komm ich da noch nicht hoch. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Nein, da ist keine Map mehr. Da soll ich nicht hin. Aha. Ich kann die so aktivieren. Oh. Okay. Okay. Ich schätze mal, die sind immer nur in einem gewissen Radius. Also dürfte... Ja. Autsch. Das war vielleicht nicht... Ach, da oben sitzt einer. Ich... Autsch. 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 Nerv. Kann ich dir eine Granate werfen? Hilf mir. Nö, kann ich nicht. Warum denn auch? Der ist ja auch nur direkt dort. So. Äh. Ja, ja. Klappt das vielleicht auch mit der Shotgun? Oh, das klappt sogar besser. Das ist doch schön. Das ist doch viel, viel schöner. Äh. Alter. Du Sau. Ist das schön. Ja. Ist das nicht schön. Ah. Das nervt gerade so ganz leicht. Oh, ich konnte einfach so rüber springen. Gut zu wissen. Dann. So. Das ist platt. Na komm. So. Hätten wir das. Und jetzt speichern wir nochmal. Hä? Was zur Hölle? Okay. Naja. So. Ich sag mal Rakete. Bitte sehr. Auch schön, dass ich hier einfach auf Stacheldraht rumlaufen kann, ohne Probleme. Ich trau der Sache. Kein Stückchen. Oder kann ich hier dann durch? Wie die explodieren natürlich nicht. Doch, tun sie. Okay. Oh, jetzt funkt es auch nicht mehr. Schön. Wehe, hier ist doch noch irgendwo eine Mine. Dann bin ich aber sauer. Oh. Jede einzelne verdammte Tür zu. So. Jetzt bin ich weit oben. Und wäre gerade fast runtergefallen. Verdammt. Ich habe so das Gefühl, da werden mehr Schützen sein noch. die mich nerven wollen. Oh, kann ich sogar reingucken. Okay. Ja. Was? Was war das? Oh. Bööö. Ich hätte auch einfach darüber laufen können. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ich hätte nicht auf dem nächsten Lander-Komplex. Ich wollte ursprünglich selbst dahin. Aber dann bin ich hier gelandet und habe, naja, einfach die Nacht nicht verloren. Machen Sie mal einen Blick durch die Tür da. Dann wissen Sie, was ich meine. Ich werde hier ganz einfach warten, bis die Katastrophe vorüber ist. Und, Mr. Freeman, tun Sie mal einen Gefallen. Seien Sie vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Ja, ich wäre gern vorsichtig. Könntest du mich heilen? Na gut. Ich werde warten. Ja. Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal anders tun. Äh. Ach, da kann ich mich heilen. Gut. Akzeptiert. Was? Das war alles? Meine Güte, seid ihr mal wieder geizig. Ist ja wohl nicht wahr. Warum hat mich die Tür gerade rausgeschoben und vor allem wie? Ach, das ist eine Treppe. Oh, Verwirrung durch Texturen. Nein, jetzt komm her, du verdammte Kiste. Ja, wunderbarst. Äh, wie bringt mich das um? Ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, naja. Gucken wir mal kurz hier. in der Hoffnung, dass hier nichts Böses ist. Hier gibt es eine so eine Mine. Wow. Verdammt, da komm ich so nicht hoch. Äh, ist doch nicht wahr, oder? So, und Jump! Und speichern. Ja, ja, ihr wisst es. Ich traue dieser Sache immer nicht. Genau aus diesem Grunde. Och, ist das nett. Och, ist das einfach nur freundlich. Ah, okay, jetzt verstehe ich das erst. Wenn ich irgendwann eine von diesen auslöse, explodiert hier gleich absolut alles. Das war irgendwie dumm. Oh Gott! Momentchen! Mann, ich sagte Momentchen! Kannst du nicht mal warten! Das sind natürlich fies, Gegner hier. Ähm. Ohohohohohohoho. Ich hab so leicht Respekt vor diesem Ort. Okay, nichts. Ja, mit einem Schlag sechs Kisten zerdeppern. Das kann nur Mr. Freeman. Okay, ähm. Jetzt muss ich mal überlegen. Wo lang? Ja, das ist die Frage. Wo lang? Äh. Warum war das? Kaputt? Noch so ein Teil. Als ob hier nicht schon genug davon rumhängen. Und natürlich geht's da nicht durch. Warum denn auch? so. Ähm. Joa. Schön, was ihr hier aufgebaut habt. Ganz, ganz super. Äh. Uppada. Was hat dich überhaupt erwischt? Siehst so ein bisschen verkohlt aus. Das Geräusch gefällt mir ja mal gar nicht. Okay, das musste ich sicher machen, um. Verdammt. Okay. Lektion gelernt. Lass die Scheißkisten einfach in Ruhe. Ist eh nix drin. Na komm her. Komm her. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Ich glaub, es hackt. Hoh. Oh, ich dachte schon, ich würde das Pass jetzt treffen. Dann hätte ich aber geschrien. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, nee. Da war aber jemand richtig kreativ hier, wa? Vermallel deine Kacke. Okay, die muss ich kaputt machen. Die auch. Weil ich sonst hier nicht rüberkomme. Die mach ich vorsichtshalber kaputt, falls diese Plattform hochgeht. Passe ich da drunter? hinterher? Ja, ich hab mich, ich hab mich jetzt sogar selber ein bisschen geduckt. Hm. Okay. Gut. Ähm. Kein Problem. Genau. Ähm. Speichern, denke ich, immer dann. Äh. Ich glaub's nicht. Das hat geklappt. Und was bringt mir? Ach, das geht doch. Ich dachte schon. Ja. Was bist du? Äh. Ja, ist, äh, ist klar. Irritation pur. Aber hier gibt's erstmal sichere Kisten, die einen nicht in die Luft schreien wollen. Das war echt fies. Ach, dafür auch mal wieder. Mehr Energie, die man nicht braucht. Und ein bisschen Ammo. Und kurz Pause. So, und wieder zurück. Ja, ja, ich möchte nicht aufnehmen, solange Leute in der Nähe sind, die Hallöchen. Die wahllos reinquatschen könnten. Ähm. Oh, okay, ihr seid mehr als ich dachte. Tschüss. Das ist etwas unglücklich jetzt. So, von der Situation her. Ähm. Na komm. Ah. So. Wie gut, dass da hinten noch Health Kits rumliegen. Oder Med Kits oder Medi Kits. Wie immer ihr es nennen wollt. Er schüttelt mich mal mit dem Kopf. Gut. Daten werden geladen. Yay. Truck. Hallo. Hallo. Hallo Truck. Wie geht's dir denn so? Kann ich mit dir fahren? Ich denke mal, nein, aber ich kann auf dich draufklettern. Hi. Hahaha. Schreck.